Da warst du noch sch... Ne doch nicht, doch! Aber jetzt hat's doch nicht aufgebaut, der Kartenbrot. Ne? Nein. Du willst aber jeden Moment. Ooooooh! Die wollen alle mit! Glaube ich ja. Meinen Ding ist dir holt. Ja, du musst ja sammeln. Genau, ich brauche auch, ja. Und ist der Kartenraum da? Ja. Oh, fein. Dann gehen wir hier durch das Pinke. Das Pinkepünktchen. Das Pinkepünktchen. Ja. 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 Hier ist der S-Bar da. Das ist gut. Es war, ist das klar. Nur für die ist es immer schwieriger, ja. Hat er länger was vor. Ja, geht aber jetzt so. Ja, die Biss ordentlich geklebt ist, geht da. Du bist schon oben, ne? Sehe ich. Ja, ich komme wieder runter. Hier, du kommst wieder runter. Willst du das einen ganzen Chip mit? Einen ganzen Chip? Bitteschön, ich bringe was mit. Wusste ich doch. Ey. Also einer ist ja okay, aber nicht zwei. Ja, genau. Sag mal, viele noch mehr. Was hast du dafür? Ach, guck mal kurz. Ja, aber ich bin frustriert gerade. Schädel kriege ich ja genug. Ein Machtfragment habe ich verwendet für ein fluoreszierende. Wollte das gerne heute Abend so schön alle aufbauen. Wie frustriert. Ich habe einen neuen Schädel. Ich bin trotzdem jetzt frustriert. Ich bin trotzdem jetzt frustriert. Toll. Braucht die alle hier in der Mitte. Die Truhe ist leer. Die Truhe ist leer? Ja, da war nichts mehr drin. Hat einer einen Schlüssel mit? Ich habe einen auf der Hand, ja. Dann wollen wir mal hoffen, dass der passt. Du bist er? Der Treppe runter. Ich gehe schon unten. Siehst du mich? Ah, ja. Und... Zack! Hast du den Schlüssel mit? Ja. Das habe ich. Ich habe ihn einfach mal... Der Joch auch da? Ja, der ist schon durchgeschlüpft. Ich habe einfach mal den Schlüssel drauf gelassen. Mhm. Jetzt bin ich da. Ja. Was ist denn, Schatz? So. Ja, wo? Hä? Bist du nicht hinterher gekommen? Warte. Nee. Entschuldig. Ich muss mal eben nur hier... Kuckuck. Ah, sie rede ich. Sie sehe dich. Ja, man ist so dunkel, ja. Ja. Mach doch mal die Augen auf. Das sieht man einig. Ja, kann ich gar nicht verstehen. Nee, der hat ja auch sein Ding oben gelassen. Mach doch mal die Augen auf. So, jetzt aber, ne? Jetzt höre er ihn, ja. Aber es ist schön, dass du mich hören willst. Jetzt kommt da wieder irgendein blöder Spruch. Ja. 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 Nein. Ja, wenn es sein muss. Hast du gesagt. Da kommt er schon. Was? Da war auch ein Schäbel bei. Siehst du, Schatz. Kannst du dir deine Armee wieder aufbauen? Der Toten. Ja, das ist aber doof. Was? Da waren Floreszierende dabei. Ja, da müssen wir uns immer nachkacken mit holen. Es gibt ja auch welche, die nicht unbedingt mit dem Gegner zu tun haben. Ja. 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 Du dürftest aber noch einen Blick drauf öffnen. Also. Richtig. Nutzt ihr dann auch nicht viel? Ne, ich weiß. Ja. 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 Es geht um den승menkopf hier rum. Ach, Ela. Bist du mal auch gelotet? Ne, noch nicht. Hol mir den Kopf nur. Was kannst du haben? Nein, Kopf. Ich könnte auch noch Kopf gebrauchen. Ein Kopf will zu hafen. Kopf habe ich noch nur auf der Hand. Ich habe vier oder fünf Stück auf der Hand. Das ist kein Problem. Er möchte sich auch diese Deko machen. Mit den Köpfen. Das ist kein Problem. Es sind vier verschiedene. So, ich soll euch hier rein durchgehen. Brav, ne? Mutter hat sogar einen Passanschlüssel mit. Ich hab den noch nicht runtergelassen. Ich hab den draufgelassen. Schaut. Du kommst nicht weit. Du bist auch nicht angelesen. Edge Bash. So, irgendwas muss ja gut sein, wenn man dich schon mitnimmt. Oh, Maske aufsetzen. Achso, ja. Ich darf dann mal unseren Freund holen. Ja, mach das mal. Ich wollte mal gucken. Ja, das ist hier. Das ist schon klar. Das ist schon gut. Bring den mal mit. An die kleinsten Bohren. Ausrüstenden Bohren auch. Ja. Jetzt ist es aber alleine. Dann werden wir die Attacken eher spüren. Ja. Ja. Lass sie doch mal kommen. Wo ist sie denn? Schatz. Oh, dauert noch ein bisschen. Moment. Moment. Da ist er. Ich hab mich ein bisschen vertan. Ich hab mich nicht Battery concerniert. Achso, wir tun mal mehr берet uns. S Hambacher. Fie Arbeit. Das curent. Ok. Wenn wir nach euch betrachten. Ich könnte mir vielleicht ein paar Glaskugeln bauen mit meinem Gras. Und vielleicht mal wieder runterkommen. Oh, ich kann mal irgendwo hoch. Ha 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 Ich bin schon diese direkt vor wir haben Was ist denn hier im Idiot? Wo ist denn der? Ab da! Nahkampf kommst du nicht gegen den an Scheiße Der hat mich getötet Ja Ich hab aber auch nichts auf geachtet Aber Er hat ihn jetzt gleich Ich habe ihn Sehr schön Dann kannst du den Rest holen Muss ich ihn ausschlachten Womit? Ähm, Hackball glaube ich Musst du einmal draufschlagen Dann wirst du merken Hackball oder? Entweder mit der Klinge oder Mit dem Beil Dann nehme ich die Klinge auch daheim Mal gucken Herz Ja Herz Dann ist alles schon gut Sehr schön Dann können wir nach Hause Ich habe ihn mit dem Halt Halt